Zurück vom Nachsitzen in Sof Park. Keine Ahnung, warum ich gerade gesagt habe. Zurück vom Nachsitzen in Sof Park. Oh, ja, Jesus. Ich kann ihn auch mal in zwei Richtungen händen. Und falls ihr mal wieder Horrorspiele sehen wollt, müsst ihr es eigentlich noch in die Kommentare schreiben. Maske, Anna? Ich werde es wieder in die Kommentare schreiben. No, your name is fucking Craig Tucker and you're in detention. Now start doing your homework. I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig. Mr. Mackie rasselt aus. Ja, wir kommen da rein. Das muss irgendwie eher. Ein bisschen an die Goffs dabei. There's this cool old dude who sells clothes on the other side of town. Stop it! That's not very Goff. That's not very Goff. Excuse me, but school. Excuse me, but school. Okay. Yeah. Oh no! Standing down! Officer down! Officer down! Stand back up! I repeat, Officer down! All hallway monitors to the right hallway! Oh god damn it! Here they come! They're gonna get you, Craig! You're not getting out of detention! I'll be out of here in 10 minutes! I'll be out of here in 10 minutes! I'm so close! I don't have that issue. I'm so close! Unless I didn't know something for the first time. The Intruder alert! Initiate security protocol! You're not gonna get through this door. Okay? You might as well give up because I'm hitting the key some- Ah! Ha 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 ha! Uh. Oh. Oh. Das ist ja gar nicht so. Oh wow, boobies. Best cap. Best cap, boobies. Unauthorized pedestrian. You can take them. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. You can take the brass key from my cold, dead hands. Das war's. Ich versteh keinen. Kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht sprechen? Kann ich nicht sprechen? Oh Das ist so ein Wunsch. Ja, ja! Oh, Bottles. Nein! Aber das war zum Looten! Was macht Mr. Mackie mit Kleber? So, und ich würde sagen bis hier. Wir sehen uns im nächsten Part von South Park Stab der Wahrheit. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die ich jetzt auch noch mache.